300er bonus bei ab geht's wer nichts riskiert der nicht gewinnt mein freund also 12 freispiele super anzahl nehmen wir mit leider sammeln 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 und dann werden wir uns noch entscheiden ob man oder weiter zocker oder oder wissen die und noch einmal lohnen die erste jetzt noch so gelbe in die dritte oder blau in die zweite hallo muldis muldis muss da kommt schon wieder mit 600 starlight go go wald x6 nehmen wir mit weitermachen keine connections waren so viele multis drin ist unglaublich 70 starke dumm und mitnehmen weiter geht's ab in den nächsten spin komm schon grüner schön hauptsache muss man das mitnehmen und ein bisschen tumblewins das ist anständig kommen die gelbe nach vorne ein gelber aber das ist ja schon ein heftiger win hier 460 tage man kranker scheiß und wir haben noch sechs pins leute der kann doch ordentlich knallen eine 20x am multi wahnsinn komm schon noch so noch so orange in die 3d alles mitnehmen alles mitnehmen torsten auf geht's liebe zeugen und zeuginnen hoch mit den däumchen meine lieben support ist gemacht ran an die tasche hoch mit den däumen leike 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 auf geht's weitermachen 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 halter gut 40 tage noch mal oben drauf nehmen nicht kämpeln ich schlage erst später wenn er dumm noch mal zu die berühre sind die berühre sind die berühre sind wieder nichts komm hopp vorletzter spin letzter spin komm schon lass mich nicht hängen nicht im letzten spin tigger was soll denn das du durchkneckte man du ich schon gar nichts alles gut dennoch 600 tage bezahlt 200 kostet uns das heißt 400 däte mal mitnehmen nun wir im nächsten in einem in einem im 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 Bis zum nächsten Mal.